Hallo und herzlich willkommen zu Ihrer täglichen Dosis Ikea. Also gut, fangen wir an. Entfesseln Sie Ihren inneren Künstler mit der Solphagel Staffelei, einem Traum für Malbegeisterte. Diese kompakte, aber vielseitige Staffelei wird mit Palette und Spachtel geliefert und bietet ein komplettes Set für Ihre künstlerischen Bestrebungen. Ihr cleveres Design ermöglicht einen einfachen Transport und der integrierte Stauraum hält Ihre Acrylfarben, Leinwandblock und Pinsel ordentlich. Treten Sie ein in eine Welt der organisierten Eleganz mit dem Hemnes Schuhschrank. Dieses stilvolle und funktionale Möbelstück verstaut nicht nur Ihre Schuhe, sondern verleiht Ihrem Zuhause auch einen Hauch traditionellen Charmes. Das klassische Design fügt sich nahtlos in andere Möbel der Hemnes Serie ein, was es zu einer vielseitigen Wahl für jeden Eingangsbereich oder Schrank macht. Erleuchten Sie Ihren Raum mit der Kungsholt Hängeleuchte, wo Funktionalität auf Mode trifft. Das einzigartige, plissierte, rockähnliche Design dieser Lampe macht Sie zu einer auffälligen Ergänzung über Ihrem Esstisch oder Kaffeebereich. Ihre flache Verpackung garantiert eine einfache Lieferung zu Ihnen nach Hause. Die Wihals 4-Schubladenkommode ist der Inbegriff von kohärentem und sicherem Stauraum. Als Teil der Wihals Aufbewahrungsserie bringt sie einen einheitlichen Look in Ihr Zuhause. Ausgestattet mit einer innovativen Anker- und Entriegelungssicherheitsfunktion minimiert sie das Risiko des Umkippens und sorgt für eine sichere Umgebung für Ihre Familie. Verwandeln Sie Ihre Küche mit dem Thornweiken-Wandregal, einem multifunktionalen Stück, das Ihren Arbeitsbereich und Ihre Lageroptionen erweitert. Sein rustikales Design ist perfekt, um eine gemütliche Küchenatmosphäre zu schaffen, in der sich jeder versammeln und gemeinsam kochen kann. Erleben Sie den Komfort der Thornweiken Kücheninsel, einem vielseitigen Mittelpunkt Ihrer Küche. Diese Insel bietet viel Platz für Geräte wie eine Mikrowelle und optimiert Ihr Küchenlayout. Das Design ist sowohl funktional als auch ästhetisch, mit einem drahtähnlichen Rücken und einer robusten Schublade für einfachen Zugang. Entdecken Sie die Einfachheit und Vielseitigkeit des Gullhult-Wandregals. Dieses elegante, faltbare Regal wird mühelos montiert und bietet eine schnelle Lösung zum Ausstellen und Organisieren kleiner Gegenstände. Sein anpassungsfähiges Design macht es passend für jeden Raum und fügt überall einen Hauch moderner Eleganz hinzu. Verbessern Sie Ihre Kochkünste mit dem Fin Faudelaar flexiblen Schneidebrett. Diese biegsamen Bretter schützen nicht nur Ihre Arbeitsplatten, sondern helfen auch beim reibungslosen Ubertragen Ihrer geschnittenen Zutaten. Genießen Sie Ihre Tee-Momente mit dem Idealisk Tee-Sieb. Dieses charmante und effiziente Sieb ermöglicht es Ihnen, Ihre lieblingslose Blatt-Teas ohne unnötige Verpackung zu ziehen. Es ist ein kleiner, aber bedeutender Schritt hin zu einem nachhaltigen Leben, während Sie eine perfekte Tasse Tee genießen. Organisieren Sie Ihren Raum kreativ mit dem Scadis Zeitschriftenhalter. Entwickelt, um an Ihr Scadis Lochbrett zu passen, ist es eine ideale Lösung, um Ihre Lieblingszeitschriften und kleine Gegenstände leicht erreichbar zu halten. Passen Sie Ihr Lochbrett mit diesen Haltern für eine personalisierte und ordentliche Umgebung an. Die Muskanbank bietet eine Mischung aus Stauraum und Stil. Ob als Sitz mit Stauraum oder als niedriges Regal verwendet, diese Bank bietet viel Platz für Handtücher und Flaschen. Ihr schlichtes Design macht Sie leicht mit anderen Möbeln kompatibel und bietet eine praktische und vielseitige Lösung für jeden Raum. Fügen Sie Ihrem Badezimmer Bequemlichkeit hinzu mit dem Hornaven-Wagen. Dieser leicht manövrierbare Trolley bringt zusätzlichen Regalplatz genau dort, wo Sie ihn am meisten brauchen. Seine kompakte Größe ermöglicht eine einfache Platzierung auch in kleineren Badezimmern und macht ihn zu einer praktischen Ergänzung für die Organisation Ihrer Toilettenartikel. Der Dragon Trolley ist der Inbegriff von Mobilität und Bequemlichkeit. Ausgestattet mit Rollen für einfache Bewegung, ist dieser Trolley eine ideale Ergänzung für jeden Raum, der zusätzlichen Stauraum benötigt. Es ist eine einfache, aber effektive Lösung, um Ihre Essentials griffbereit zu haben. Maximieren Sie Ihren Badezimmerplatz mit dem Weskenwagen. Sein kompaktes Design passt bequem in kleine Bereiche und bietet dennoch ausreichend Regale für alle Ihre Toilettenartikel. Von Shampooflaschen bis hin zu kleinen Gegenständen hält dieser Wovagen Ihre Badezimmerutensilien organisiert und zugänglich. Verbessern Sie Ihr Badezimmer mit der Ragrundbank, einem Stück, das Langlebigkeit mit natürlicher Eleganz verbindet. Hergestellt aus Bambus, einem Material, das sich gut für feuchte Umgebungen eignet, fügt diese Bank Wärme und Funktionalität zu Ihrem Badezimmer hinzu und sorgt für Langlebigkeit und Stil. Musik Musik Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.